Mein Ehemaligeschäftspartner, Damir Weyabi, hatte 60 kg von irgendetwas im Auto. Nach der Zurückfahrt hat seine Frau, Fabienne Broum, telefoniert, ob alles in Ordnung ist. Damir sagt, in 10 Minuten sei er in der Grenze und dann sei er ganz schnell zu Hause. Das ging an der Grenze nicht so gut. Sie haben ihn kontrolliert. Und da ist halt etwas zurückgekommen, das nicht ganz koscher war. Und dann hat er tatsächlich 8 Jahre bekommen. Und der Waffenhandel ist noch dazu gekommen. Also meine Botschaft an euch ist, man kriegt keine schnauen Geschäfte, die meistens nicht illegal sind. dass ich da nicht so gut bin. Ich hab jetzt auch wieder aufgedrückt mich.